Autsch, mein Kopf! Ah, deine Streiche gehen zu weit! Ich weiß. Es reicht, ich werde dir eine Lektion erteilen. Keine Streiche mehr! Die Glocke! Geht in die Klasse! Hey, pass doch auf! Mathe ist mein Lieblingsfach. Lass mich los, du! Erika, was machst du nach der Schule? Nein, nicht! Ich habe wie immer kein Papier mehr. Was mache ich denn jetzt? Und ich bin in einer Mülltonne. Hi, Dad! Erika, Schätzchen! Bitte, bring den Müll raus! Das ist aber eine hübsche Puppe! Wer würde dich denn wegwerfen? Hm, keine Sorge! Ich kümmere mich um dich! Hier ist unser Zuhause! Wo fangen wir an? Zuerst werde ich das Knieloch nähen. Bada bing, bada boom! Ein Pflaster ist ein Muss! Jetzt entferne ich die ganzen Splitter. Es gibt ganz schön viele! Der nächste Schritt sind schöne Nägel. Das ist längst überfällig. Und fein! Ja, ich habe es selbst nicht geglaubt! Wir können mit dem Nagellack anfangen. Dieser Farbton ist zu hell. Dann bekommst du schwarze Nägel. Die Nägel sind fertig. Jetzt kommt der schwierigste Teil. Wir müssen diese furchtbaren Pickel loswerden. Ich drücke sie vorsichtig aus. Ah, eklig! Das war schrecklich. Aber du siehst jetzt viel besser aus. Lass uns die Haare machen. Deine Haare sind so schön. Ich werde sie flechten. Schon viel besser! Jetzt kommt mein Lieblingsteil. Das Make-up! Lass uns die überflüssigen Härchen entfernen. Jetzt sind deine Augen dran. Jetzt mach mir die Lippen. Du siehst toll aus. Ein Tropfen meines Lieblingsparfüms. Jetzt tauschen wir dieses deprimierende Outfit gegen etwas Hübscheres aus. Das? Nein. Wie wär's hiermit? Nee. Und wie wär's hiermit? Ja, super! Du bist unwiderstehlich! Jetzt fehlt nur noch ein schönes, heißes Bad. Und du bleibst hier. Ein duftendes Schaumbad. Gibt es etwas Besseres als das? Ich liebe auch Schaumbäder. Warum schreist du so? Du bist genau wie die echte Wednesday. Ich fass es nicht. Danke, dass du mich gerettet hast. Zeit für einen Freundschaftstanz. Mach mir nach. Ich geb mein Bestes. Was sagst du? Äh, naja. Und was machen wir jetzt? Wie kann ich so cool werden wie du? Okay, ich werd dich in Wednesday verwandeln. Als kaltes Händchen. Ich bin hier. Wer braucht Hilfe? Keine Panik. Das Händchen wird dir helfen. Gruselig. Keine Sorge. Als kaltes Händchen weißt, was er tut. Er ist der Einzige, dem ich mein Make-up anvertraue. Wie meine Mom. Schon besser. Dann wollen wir dich mal aufhübschen. Als kaltes Händchen. Schnapp dir einen Pinsel. Oh, und daran werd ich mich nie gewöhnen. Es reicht. Lippenstift. Beeil dich. Eine perfekte Grundierung. Ich wusste, dass sie zu dir passt. Als kaltes Händchen. Super gemacht. Warte. Wozu brauchst du eine Tasche? Das wirst du gleich sehen. Mach das nie wieder. Leg dich nicht so auf. Sieh doch. Meine Haare sehen genauso aus wie deine. Klar. Jetzt sehen wir uns die Klamotten an. Es gibt eine Menge Sachen. Interessant. Was sind das denn für schreckliche Lumpen? Komm mit. Ich hab etwas für dich. Probier das an. Ein Puppenkleid? Das passt mir wie angegossen. Ich liebe es. Wie sehe ich aus? Lass uns an deiner Mimik arbeiten. Entspann dein Gesicht. Neige deinen Kopf nach unten. Und runzel die Stirn. Nein. Nochmal. Hat es geklappt? Gib mir dein Smartphone. Hey Greg. Rufst du mein Nix an? Ich bin verrückt nach dir. Was? Wie kannst du es wagen? Genau diesen Blick wollte ich sehen. Ich wollte niemanden anrufen. Du hast mich erschreckt. Ich bin eine gute Lehrerin. Jetzt machen wir einen Test. Wie viel weißt du über Wednesday? Kätzchen oder Raben? Was magst du lieber? Entscheide dich. Ganz klar. Kätzchen. Keine Kätzchen. Überleg. Raben? Sehr gut. Die nächste Frage. Ein hübscher Palast oder ein gruseliges Schloss? Das ist kompliziert. Das ist kompliziert. Äh. Ein Schloss. Richtig. Ja. Die letzte Frage. Was wählst du? Eine Schreibmaschine oder ein Laptop? Äh. Ich habe keine Ahnung. Drei. Zwei. Ich entscheide mich für... Eine Schreibmaschine. Das ist die richtige Wahl. Yay. Glückwunsch. Du bist soweit. Komm mit. Wir zeigen Ihnen, wer der Chef ist. Was? Gibt es zwei von Ihnen? Werden Wednesdays in Massenproduktion hergestellt oder was? Oh nein. Nein. Komm mit. Komm zurück. Er wird so schnell nicht wiederkommen. Bye, Ex. Ich wünsche dir einen guten Flug. Cool. Oh yeah. Jetzt bist du dran. Endlich. Sky. Setz dich. Hä? Was ist denn hier los? Wozu brauche ich einen Helm? Ohne macht es nicht so viel Spaß. Der Stift funktioniert nicht. Kannst du mir einen Stift leihen? Klar. Hier. Du kannst ihn behalten. Danke. Was ist das für ein Geräusch? Cool. Sehr gut. Nimm das. Du hast es verdient. Noch ein Angriff. Stopp. Ich gebe euch keine Sechsen mehr. Wir sind ein Dream Team. Da seid ihr ja. Ich habe euch erwischt. Das werden wir ja sehen. Nichts. Wednesday. Das geht jetzt zu weit. Ich will deine Eltern sehen. Mr. und Mrs. Adams. Ihre Tochter wollte mithilfe unseres Mitarbeiters einen Kamin anzünden. Das war die letzte Verwarnung. Ich schmeiße sie von der Schule Nevermore. Raus hier. Wednesday. Du wirst die normale Schule lieben. Auch hier werden mich alle hassen. Alle sind so bunt angezogen. Siehst du? Ich habe es dir gesagt. Halt. Hier. Das ist unser Familienamulett. Es ist für dich. Viel Glück, Gewitterwölkchen. Wir sind so stolz auf dich, Spooky. Bye. Heute ist Mittwoch. Wednesday. Unsere neue Schülerin. Hey. Die ist ja cool. Setz dich. Wie alle anderen Schüler auch. Na los. Hey. Hast du keinen Platz zum Sitzen? Ich werde mich woanders hinsetzen. Sehr schön. Lasst uns mit dem Test weitermachen. Die Arme. Brauchst du einen Stift? Stifte sind für Amateure. Profis benutzen Schreibmaschinen. Wow. Wow. Die ist so retro. Eure Zeit ist um. Gebt mir eure Papiere. Ich habe es geschafft. Ja. Du hast recht. Hier ist deine Hälfte. Ich hoffe, du genießt deine Zeit hier. Für dich wie zu Hause. Hey, Mitbewohnerin. Umarmung. Stopp. Du hast deinen Rucksack fallen lassen. Danke. Aber fass meine Sachen nicht an. Und? Wie gefällt dir unser Zimmer? Ist das nicht schön? Ja. Gleich wird es schön sein, wenn ich es umgestaltet habe. Geh nicht auf meine Hälfte. Na gut. Liebes Tagebuch. Heute ist mein erster Schultag. Oh, warum ist das so laut? Okay. Du bist frei. Du kannst nach Hause gehen. Hier sind deine Sachen. Oh, ich werde dich vermissen. Oh, meine Mitbewohnerin muss ihre Nasenscheidewand untersuchen lassen. Was? Das habe ich nicht geschrieben. Wer ist da? Eiskaltes Händchen. Hey, wie geht's dir? Ich kann jetzt nicht mit dir spielen. Ich muss meine Arbeit beenden. Oh. Wednesday. Da hast du eine Hand. Das ist nicht nur eine Hand. Die Hand gehört zur Familie. Erica. Das ist eiskaltes Händchen. Äh. Hi. Das ist meine Mitbewohnerin Erica. Wir haben jetzt Unterricht. Beidernröschen. Oh, da ist sie. Hey. Diese Teenager. Sie kann nicht widerstehen. Oh, Gregory. Also, wollen wir anfangen? Wer es glaubt. Oh, Mann. Was ist das? Buck ist ja nicht, mein eiskaltes Händchen auf den Boden zu werfen. Was hat sie denn für ein Problem? Hilfe. Oh. Die Arme war wohl von meinem Aussehen überwältigt. Das passiert jedes Mal. Ich habe eine Überraschung für euch. Ein Test. Oh, warum? Darf ich von ihr abschreiben? Äh. Ich habe auch keine Ahnung. Wednesday. Kennst du die Antworten? Würdest du mir helfen? Nein. Hä? Eiskaltes Händchen? Hm. Hä? Nicht schummeln. Ah. Was ist das? Warum kitzelt das so? Hilfe. Mach es weg. Cool. Jetzt können wir schummeln. Danke, Wednesday. Was? Du bist ein hoffnungsloser Fall. Wenn du meine Liebe zurückweißt, habe ich das für dich auf Lager. Oh, wie süß. Wenigstens hat keiner an dieser Schule einen guten Geschmack. Was für eine Überraschung. was für ein Albtraum? Ja, ich weiß. Heiliger Horror. Das ist ein Albtraum. Was ist das? Eww. 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 Wer hat das denn in meinen Spind gelegt? Okay, Wednesday. Ich werde auch mit etwas Ekligem antworten. Eklig für dich. Das geschieht dir recht. Das geschieht dir recht. Heilige Pflanzen. Was für ein Albtraum. Greg. Oh oh. Hör auf. Nein, bitte. Ich bin eine schlechte Pinata. Wednesday. Es wird nicht wieder vorkommen. Oh. Eine Pinata. Wednesday. Hey, dein Licht stört. Könntest du die Lampe ausschalten? Nein. Wie nett von dir eiskaltes Händchen. Träum süß. Ah. Hörst du bitte auf? Klar. Oh, endlich. Eiskaltes Händchen. Hab schreckliche Träume. Wednesday. Ich komme zu dir zurück. Oh. Was ist das? Eine Art Challenge oder was? Nein, nein, nein. Doch, doch, doch. Das Wetter ist heute perfekt zum Fliegen. Wetter ist heute. Oh. Der Ball findet heute statt. Das wird der Wahnsinn. Willst du mit mir hingehen? Bitte. Diese Idee gefällt mir gar nicht. Aber ich bin gespannt darauf zu sehen, wie sich all die anderen Teenager auf der Tanzfläche blamieren. Wie findest du es? Sag schon. Langweilig. Bin gleich wieder da. Zeit für ein paar Spezialeffekte. Fangt an. Amüsiert das Publikum. Spinnen. Oh, es leuchtet. Gutes Timing. DJ, du musst gehen. Zeit für etwas Live-Musik. Dieser Track ist so cool. Wednesday, komm zu uns auf die Tanzfläche. Nein. Komm schon. Ein Ball ist kein Ball, wenn du nicht tanzt. Ich bin keine gute Tänzerin. Das glaub ich dir nicht. Los, beweg dich. Okay. Bravo, Wednesday. Keine Umarmung. Du kannst echt gut tanzen. Ich erkläre die jährliche Zeremonie der Schulkönigin für eröffnet. Wow. Hier sind unsere Kandidatinnen. Macht mal Lärm. Ich mag das blonde Mädchen. Und? Wollt ihr die Gewinnerin erfahren? Der Umschlag muss hier sein. Oh, da ist er ja. Und die Schulkönigin in diesem Jahr ist? Wednesday. Wednesday, du hast gewonnen. Du bist unsere Königin. Geh auf die Bühne. Wednesday. Was? Das ist ungerecht. Wo ist die Krone? Oh. Gib sie zurück. Ich hab gewonnen. Sie werden sie in Stücke reißen. Mir reicht es. Guckt euch. Begrüßt eure neue Königin. Das ist meine Mitbewohnerin. Du bist erledigt, Wednesday. Bist du sicher? Pass auf. Ah, lauft. Komm schon. Los, Blue. Guter Junge. Na also. Der Köder hat gewirkt. Du kannst Wasser leben. Du wirst vor Elektrizität glühen. Halt. Hab ich dir nicht gesagt, dass du das an meiner Schule nicht machen sollst? Das geht zu weit. In mein Büro. Los. Los. Wednesday, Adams. Du fliegst von der Schule. Mir doch egal. Das ist nicht mein erstes Mal. Zeit, sich zu verabschieden. Oh, Wednesday. Geh nicht weg. Wir werden dich vermissen. Stopp. Sie mag keine Umarmungen. Schon gut. Oh, ihr. Oh, Wednesday. 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 Unser kleiner Rabe hat endlich Freunde gefunden. Wir wussten es. Oh, erinnerst du dich an diese Geschichte? Tschüss.